Hi, Henry von Kendama Europe wieder hier. Ich habe euch heute einen neuen Trick mitgebracht, und zwar den sogenannten Downspike. Der Downspike funktioniert wie folgt. Wir haben das Ken in unserer starken Hand, im Serra oder auch im sogenannten Pen Grip. Das Tama hängt ruhig in der Luft. Nun ziehen wir dies wieder mit der Aufwärtsbewegung aus den Knie nach oben. Jetzt merken wir aber, das Loch zeigt immer noch nach unten. Wie kriegen wir also nun das Loch so in die Luft, dass wir es von oben in den Downspike bekommen. Hier funktioniert wie folgt, und zwar, dass wir das Tama von der einen Seite zur anderen Seite nach oben ziehen, so dass dort eine kleine Rotation reinkommt. Dies machen wir parallel mit der Aufwärtsbewegung aus den Knien. Dann entsteht diese halbe Rotation und wir haben die Chance, das Tama aus der Luft im Downspike zu catchen, weil das Loch nun senkrecht nach oben zeigt. Ganz wichtig bei dem Downspike, wenn ihr ihn habt, dann nicht einfach nach unten spiken, weil dann fliegt das Tama sofort wieder raus. Und der Trick wird nie klappen. Insofern, sobald der Spike im Loch ist und ihr den Downspike downspikt, einmal das Ken dreht, so dass das Tama wirklich auf dem Spike bleiben kann. Also, ich mache es noch einmal falsch. Tama fliegt sofort weg. Und einmal richtig. Ich drehe das Ken sofort rum und das Tama bleibt auf dem Spike drauf. Aus dem kann man viele verschiedene Variationen später starten und es ist ein toller Trick zum Einsteigen. Insofern viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare, sonst irgendwas habt, schreibt es einfach unten hin. Wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß beim Üben.